Hallo Sandra, du hast bei uns ein Schlank- und Fit-Programm gemacht. Danke, dass du dir die Verzinten zur Verfügung stellst. Gern. Jetzt habe ich ein paar Fragen an dich. Wie lange bist du schon bei uns? Das dauert zwei Jahre. Wann hast du mit dem Schlank- und Fit-Programm angefangen? Wie lange bist du dran? Anfang Juli. Anfang Juli? Ja. 23? Ja. Ja, genau. Und du hast auch recht Erfolg gehabt. Ja. Wie viel hast du an Fett verloren? Gewichtmässig kann ich sagen, dass ich fast 8 kg abgenommen habe. 8 kg abgenommen. Ja, genau. Ich habe gesehen, bei der Auswertung der Muskelmasse ist es noch etwas hoch. Also kann man sagen, du hast 8 kg Fett verloren. Genau. Wie war es für dich, das Programm zu umsetzen? Jetzt im Alltag zu integrieren? Es ist eigentlich recht gut gegangen. Ich habe jetzt gedacht, ich habe mehr Probleme damit, das umzusetzen. Aber natürlich durch eure Hilfe und durch die ganzen Rezepte, die er bekommen hat. Und so war es so einfach zu umsetzen als irgend andere Ideale, wenn ich das jetzt ausprobiert habe. Okay, super. Dann kannst du das Programm eigentlich jedem empfehlen? Ich würde es jedem empfehlen, das Gewicht beteuert auf effektive, aber gesunde Art und Weise. Okay, super. Ja, das war es auch schon vom Interview. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank.